Am Samstag wurde den gut 600 Zuschauern in der Ludwigsburger Alleenhalle beim Liga-Finale des Späfelschen Turnerbundes einiges geboten. Die Turner der Wettkampf- und Trainingsgemeinschaft Heckengäu präsentierten sich zum Abschluss der Saison nochmals in herausragender Form. Die Landesliga-Rigi krönte ihre ungeschlagene Vorrundenleistung mit einem eindeutigen Finalsieg und steigt in die Verbandsliga auf. Ein solider Wettkampf ohne größere Patzer und überzeugende Vorträge sorgten für einen Vorsprung von 10 Punkten auf Stuttgart und Biberach, die die Plätze 2 und 3 belegten. So, und jetzt, Heckengäu im Team Luftkohlen mit 18 Karochenbunden, Platz 1 von deinem Gewinner des Köln-Kopfes Weltkirche Heckengäu zu hoch. Und jetzt, Heckengäu. Und jetzt, Heckengäu.